Startnummer 3002, das ist der Salmon 560, der Startnummer 6 und auf der rechten Bahn der Startnummer 2008. Wenn mich nicht alles täuscht. 2009 ist das. 2009 ist der Korab Morina in 800 PS Starten APT. 2.27, das war wahrscheinlich abgebrochen wäre 6 und mit 2.65, 8. 2.27, das ist der Korab Morina. ... und auf der Rechenbahn mit der Startnummer, die 3.040, der Vino-Sass C3S 740. Die Stabilität ist das. Die Stabilität auf der Rechenbahn. 2.5192 für den Mercedes und der M von HWT mit der 2.67. Die Stabilität ist das. Das ist eine schöne Schöne. Was haben Sie? Untertitelung des ZDF, 2020 272, 72 und der McLaren 269, 66